So. Ähm, null. Ich mach mal 160. Ich habe Angst. Ich werd ne Luft sporen. Oh, oh ja, weint ne Luft. Oh, scheiße. Aua. Ah. Ne, das ist der Welt sporen. Das ist der Welt sporen. Ach, ne, warte. Ähm. Ja, ich... Warte. So. Abgeschlafen. Ging schnell. Bevor ich mich jetzt hätte ausgelockt, weißt du, dann machen wir es so. So. Dann leuchte ich immer als... Also der Kompass zeigt da drauf. Also... Passt schon, denk ich. Das heißt, hier können wir dann auch mal die ganzen Bäume schon wegholzen. Ja. Du magst eine mächtige Hexe sein. Ich bin mächtiger. Ich leuchte hier mal ein bisschen aus, dass wir hier schon mal so ein bisschen Ruhe haben, damit zu bohren. Ich stehe schon seit Ewigkeiten im Krieg mit dem Wetter, ja. Ich kenne mich damit auch ein bisschen aus mit dieser Magie, ja. Dann können wir hier die Tage anfangen, Leani. Dann können wir hier mal ein bisschen was abholzen. So, wo waren die Bienen? Wo waren die Bienen? Die waren doch irgendwo. Beim Wasser waren die doch irgendwo. Hier unten. Warte. Ist hier das Wasser? Ja, hier ist das Wasser. Ich glaube, hier irgendwo, ne? Da drüben, glaube ich, waren die da. Ich glaube, hier waren irgendwo extremst viele Wien. Zwar waren die hier auf der Insel, oder waren die? Nee, hier waren sie nicht. Scheiße, die alle, wo waren die? Wir sind doch vorbeigelaufen an denen. War das da drüben? Also, wir haben hier einen Platz gewonnen, wo übelst viele Bienen waren. Da ist eine. Hier, hier. Hier ist es. Okay, hier ist einer. Hallo. Oh, du kleine Bühne. Die gehen ja auch ins Nest, wenn die voll sind. Also, wenn die, ähm... Hier ist noch einer. Die Frage ist, ist da eine drin? Ich brauche mindestens zwei Bienen. Ich höre es halt so. Sind die drin? Oh. Sei ja nicht doof. Nein. Nein. Please. Geht einfach hier rein. Bitte. Ich furchte Blumen, ne? Scheiße, 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 die bringen sich um, die bringen sich um, auf der Suche nach Blumen. Ah, wartet. Da zwei Stück reingeflogen sind, packe ich das runter, beruhigt es dir und dann baue ich das ab. Jetzt kann man mit F3 prüfen, wie, glaube ich, wie viele drin sind. Honey Level 5. Weiß nicht. Das eine. Wo fliegst du hin? Okay, also eine haben wir definitiv. Okay, cool. Zwei haben wir definitiv. Das heißt, die Zucht kann beginnen. Noch mehr? Da fliegt eine Biene. Sie ist allein. Gibt es nicht noch irgendwo einen Bienennest, wenn die, also so viele Bienen sind hier? Hier ist doch safe noch irgendwo ein Bienennest, oder? Also, oh, scheiße. Irgendwo ist da hier bestimmt noch eins, oder? Du düst hier rum. Wo ist dein Nest? Kleine Biene, wo ist dein Nest? Fliegst hier hoch, ja. Da ist noch eine mit einem Pollenpo. Gehört ihr alle dazu, zu diesen zwei Nestern? Nicht in die Höhle, bitte nicht in die Höhle. Tu das nicht. Ich glaube, die gehörten dazu, oder? Lola, wo fliegst du jetzt hin? Du fliegst da eigentlich straight zurück zu deinem Nest, oder? Wenn du einen Pollenpo hast. Wo ist dein Nest? Wo ist er hin da? Ah, die fliegen gerade sehr im Kreis. Ich befürchte, das waren die einzigen zwei Nester, oder? Oder? Du fliegst sehr zielstrebig, meine Kleine. Wo willst du hin? Ja, wo ist dein Nest? Ist das hier? Ich kann bei mir auch nochmal gucken. Ich habe auch noch irgendwo eins, glaube ich. Wir haben aber definitiv zwei Bienen. Also... Okay, leicht kritisch gewesen. Scheiße, nee, da will ich nicht lang. Aber der Spawn ist schon mal ausgehellt, das heißt, wir können auch demnächst loslegen. Der war ja irgendwo hier vorne, ne? Sehe ich da noch irgendwo ein Bienennest? Ein kleines Nest-Deal? Ich sehe keine. Ich soll mich einfach zurückteleportieren, ganz ehrlich. Ich tue hier noch Dinge, die ganz doll schief gehen. Ich weiß es einfach. Okay, let's go. Back home. Ach se, habe ich hier vergessen. So. Hola. Ich bin ja jetzt zu Hause. Okay. Jetzt habe ich Angst, dass hier wieder die Pillager auftauchen, ne? So, bevor wir das mit den Bienen machen, müssen wir natürlich erstmal das Ding fertig bauen. Die Bienen packe ich erstmal hier rein. Ähm. Ja, wie baue ich das bei den Bienen, ne? Das ist die große Weißfrage. Also, dann brauche ich sowas. Das werde ich wahrscheinlich auch brauchen. Ich habe das... Das können wir auch mitnehmen. Nehmen wir auch mit. Habe ich denn noch? Okay, schwarzeichen Holz habe ich jetzt auch nicht mehr, ne? Das habe ich jetzt, äh... Ja gut, das ist das Witzste, was ich habe. Das wird nicht reichen. Gut, schauen wir mal. Achso, die, die... Dings kann ich auch weg tun. Kann ich die Feuer die ganze Zeit drunter stehen lassen? Ne, ne? Ich glaube, die Feuer kann ich nicht die ganze Zeit drunter stehen. Dann verbrennen die, oder? Die fliegen da rein. Zu unter Wasser. Zu dort verwandelt. Doch, kannst du. Aber wenn die Sporen fliegen, die doch da rein. Dann sterben die doch, oder? Sterben die da nicht? Okay. Dann tue ich das so ein bisschen... Musst nur mit Falltüren abgrenzen, damit die nicht rein fliegen. Also die sporen nicht unten drunter, quasi unter ihrem Nest. Die sporen schon immer seitlich, oder? Dann ist es... Dann ist es okay. Ähm. Ne, das ist okay. Ich würde vielleicht auch gleich mal das erste kleine Haus von einem kleinen NPC bauen. Da hätte ich irgendwie Lust drauf. Ich hätte noch ein paar Blumen mit. Flieh dort. Ja, man kommt hin. Okay. Bienenwanderung. Okay, hier, Blümchen, Blümchen, Blümchen. Das wird das Bienenparadies. Okay, bauen wir mal das Haus fertig. Das Problem ist, ich dachte, damals sind die irgendwie da rausgeglitscht, aber ich... Also, eigentlich sollten sie nicht rausglitschen. Betonung liegt auf eigentlich nicht. Ich würde das hier wieder mit derselben... Im selben Dach machen. Ähm, so. Ach, nee, warte mal. Jetzt muss ich ja... Ich muss jetzt nochmal eins hoch. Das heißt, ich würde das hier lassen können, oder? Schau mal. So... Okay, dann haben wir so das Innenhaus und dann können wir noch draußen... Also wenn ich dann drinnen eine feste Produktion habe, sage ich mal, von Honig und allem drum und dran, dann können wir außen gerne nochmal ein Außengehege machen, wo wir Bienen züchten. Auch mal hier draußen machen wir Stein hin, oder? Ja, versteht schon. Ob ich hier vielleicht auch Stein einbinde? Wolfi, dich muss ich noch zähmen. Laufe nicht weg. Ich werde dich brauchen. Ja, du. Okay. Wupp. Okay. Jetzt halt die Frage. Einmal so hier. Das könnte man schön machen, ne? Dann richten wir uns nach denen. Das war dann irgendwie hier. Könnte man das vielleicht irgendwie... Die Ecke stört mich halt, ne? Wie können wir das machen, ist die Frage. Hier sind mal drei und dann halt... Okay, das heißt, ich müsste gleich nochmal... Dings holen gehen. Holz. Ich probiere das erst mal und gucke, wie das aussieht. Aber ich weiß jetzt schon, es würde mich stören. Was geht? Es sieht nicht so schlimm aus, wie ich dachte, dass es aussieht. Wir könnten Balken reinziehen. Also mit denen hier so... So Querbalken. Das könnte man machen. Das sieht auch noch ganz okay aus. Denke ich... Alter. Das sieht... Ja, das sieht ganz okay aus. Das könnte man machen. Ich würde das mal hier bei einem Zwischenstücken. Danke für nichts. Ciao. Okay, wir sind jetzt irgendwas. Dann zieht das nicht so... Dann ist das ein bisschen angenehmer, glaube ich. Ja, könnte man machen. Ja, da haben die Bienen es schön helle. Ja, finde ich okay. Die Bienen würde ich dann irgendwie... So. Hm. Immer zwei Bienen zusammen. Das würde perfekt passen. Dann hätten wir hier sechs Bienenstücke drin. Das wäre okay. Sollen wir bloß hier mal... Richtige... Laternen auch reinpacken. Okay, aber dann käme das hier weg. Drei. Warte mal. So. Ja, ich werde noch ein bisschen Holz brauchen. Obwohl, ich habe noch Scheiben. Ha, es ginge. So. Wir müssen mal gucken, ich hätte vielleicht schon... Also ich würde gerne so die erste andere Farm vielleicht auch bauen. Das wäre einfach so die erste kleine Zuwanderung hätten. Also ins Königreich Akesia. Das wäre irgendwie schön. Dass ich da auch schon so ein bisschen... Ich würde gerne noch einen zweiten Bauern hier machen. Also mich eingeschlossen. Also noch jemand, der das auch macht. Selber Beruf. Und wo ich halt so Sachen auch schon verkaufen kann. Dass ich schon ein paar Smaragde mir ertauschen kann und so. Dass einfach das Reich schon ein bisschen reicher wird. Hm. You know. Das fände ich irgendwie ganz, ganz schön. Da müssen wir natürlich erstmal das Haus dann dementsprechend bauen für den. jenigen. Aber das soll ja kein Problem sein. Ja, wir müssen mal gucken. Und dann machen wir die Glasscheiben. Da oben können wir auch noch ein Fenster reinmachen. Theoretisch. Also wenn die Bienen... Ich würde auch gerne so eine Art Schleuse machen. Also eine ganz kleine wenigstens. Also die Bienen bekommen natürlich nur das Beste vom Besten vom Besten. Ja. Aber ich glaube, ich würde auch gerne machen. Ich würde auch gerne helfen. Okay. Hier. Da oben. Okay. so von allem was könnte ich mir noch ein paar mehr blümchen reinpacken wir könnten eine kleine schleuse machen mit denen hier so jetzt in die tür rein also die kleine schleuse quasi der die schon mit ganz nice immer hier warte mal da können wir das auf die seite machen die tür dann auch so hin die tür habe ich jetzt weggelegt die eine die ich hatte ne schade okay können wir holen wir die mal eben oder die glasscheiben hier glaube ich nicht irgendwo reingeschmissen hier hatte ich reingeschmissen wir müssen jetzt irgendwie dach ist davon draußen das sind die alle hier rein okay ich brauche ja noch stopp mal wo habe ich das ist hier die brauche ich ja für die feuer stimmt da war was die im dauerruhigen zustand sind ich werde einmal losfahren müssen und ich werde nicht wohlkommen ich komme hier oben den kompass können wir auch mit irgendwo hin tun den brauche ich eigentlich nicht ich habe eigentlich alles was ich für dinge noch brauche wird es gerade dunkel ja ne da fahren wir jetzt erwarten wir noch kurz das ab machen noch die glasscheiben rein ein pen war und dann da fahren wir noch mal schwarzeichenholz holen dann machen wir in der nächsten folge vielleicht dass wir so zwei npcs einziehen lassen dass man da so ein bisschen ne bisschen züchten kann das wäre ganz cool das würde mir gefallen bald blub bald marco und indy sind vorgemerkt ich werde dann mal gucken dass wir das dann im januar mit zwei slots mal erweitern dann fahr mal hin holen schwarzeichen und dann läuft das ich nach perfekt Perfekt. Let's go. Da sollte der scheiß Regen in sich vorbei. Okay. Let's go. Ob die Pilcher das entführt haben? Könnten sie es entführt haben? Oh, warte mal. Bevor ich das vergesse, bevor ich das vergesse, bevor ich das vergesse. Was ganz wichtig ist. Ich kenne mich selber zu gut. Ich kenne mich selber einfach. So gut. Ich lasse die Tier-Mann-Spitzhacki hier. Ich weiß, das geht irgendwann schief. Irgendwann habe ich das Zeug mit und dann ist ... ... habe ich Party. Tup, 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 tup. Aua. Okay, mein Boot muss nur hier unten sein, ne? Ah, guck mal, hier können wir auch schon... Oh, eine kleine Ernte können wir durchführen. Aua. Was ist mit dem Boot? Okay. Let's go. Schwarzeichenholz on the way. Okay. Ich kann keine Kartoffel essen, auch immer nur. Guck, da oben in das Haus, ne? Das ist schön da was. Und drunter hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Wald, glaube ich. Küste. Das nervt gar nicht. Kennt ihr das, wenn die Nase so die ganze Zeit krabbelt und ihr müsstet niesen, aber der Nieser kommt nicht? Ich hab im Disco gestern meine Handelsanfragen gepostet, hab ich gesehen. Das können wir dann, äh, können wir dann hier auf dem Server, ähm, im Gemeinschaftshaus machen. Dass jeder da so seine Zeile auf der Wand bekommt und da kann jeder Zeug reinschreiben. Setzt sich gerade fort. Ah, okay, cool. In die Höhle würde ich gerne reingucken. Die reizt mich ein bisschen. Guck mal, ob die ganzen Bäume nachgewachsen sind, aber ich glaub schon. Hi. Ah, jetzt Kupfer müsste ich mitnehmen. Ne, ich bau das eh nochmal um mit dem Dach. Das Dach, hm. Ich bau das nochmal um, das gefällt mir so nicht. Die Bäume sehen auf Distanz mit dem Shader so weird aus. Ih, lass mich raus. Oh, sie sind nachgewachsen, sehr schön. Okay, let's go. So, einmal Holz. Gucken wir das mit den Bienen jetzt in der Folge, ich, die Folge wird eh ein bisschen länger wahrscheinlich. Wenn das danach steht, könnte man sich ein anderes Gemeinschaftsgebäude machen. Leider, wenn du Bock hast. Okay. Wer flitzt denn da im Hintergrund rum? Hä? Welcher Hintergrund? Wo flitzt wer rum? Was? Was? Der Paket ist vor uns angekommen. Der Postkunde hat es hinter der grünen Mülltonne versteckt. Wow. Ist ja auch nicht viel drin. Das ist der richtige Platz dafür. Leicht, leicht, melodramatisch heute. Was soll ich denn Rohstoffe mitbringen? Ey, ich weiß nicht, wie wollen wir es jetzt bauen? Lass dann erst nochmal bequatschen, wie wir es bauen wollen. Und dann können wir gucken, was wir in Rohstoffen brauchen. Ich habe auch viel Stein umgeschmolzen schon. Habe ich für die Brücke eingeplant, aber kann man die jetzt schon benutzen. Kann ich mitbringen? Also Stein kann ich ordentlich da mitbringen. Holz sieht bei mir nicht so gut aus gerade. Die erste Tüte Kekse ist schon leer. Hast du die normalen Kekse gegessen oder die Linzer schnitten? Die Linzer schnitten waren so lecker. Das sind jetzt alle, alle übrigens. Ich springe gleich nochmal in die Lava. Warum willst du nochmal in die Lava springen und dann wieder ankommen? Oh, ich bin in die Lava gefallen, alles weg. Oh, helft mir noch. Das sind sie, das sind sie. Jetzt sieht man die Taktik. Jetzt sieht man mal die Taktik. Nur Spaß, nur Spaß. Don't panic. Aber das freut mich, wenn es nur schmeckt. Ist da Marmelade drauf gewesen oder ist da keine Marmelade drauf gewesen? Wenn da Marmelade drauf ist, sind sie den zerschnitten. Wenn da Schoko und Zogerguss drauf ist, sind es die Kekse. Aber das freut mich, dass sie noch schmecken. Gerade bei den Keksen war ich mir nicht sicher, weil ich wollte die halt viel eher losschicken eigentlich. Dann sind die schon weg. Die Linzer schnitten sind weg. Die schmecken immer, die sind immer lecker. Die gehen immer. Die halten sich auch gefühlt ewig. Linzer schnitten ist bei mir auch ganz schlimm. Linzer schnitten kann ich wegatmen. Richtig schlimm, ey. Okay. Okay, das sieht schon mal gut aus. Bei mir ist noch nichts angekommen. Was? Also ich habe die Rückmeldung von drei Leuten, dass was angekommen ist. Also Zog hat sein Paket schon bekommen. Okay, Blub hat sein Paket schon bekommen. Und Gabe hat sein Paket schon bekommen. Halt. Okay, Blub wird das Spiel. Die Welt laggt. Hier ist noch ein Setzling. Können wir noch einen vierten Setzling zusammen? Da unten liegen noch Setzlinge. Setzlinge, Setzlinge. Hm. Hier haben wir noch ein Setzling. Kann denn bei euch heute noch Post kommen? Also bei mir ist es meistens so, die Post ist meistens so um Mittag rum, um zwölf Uhr rum. Wenn die Post so, ich sag mal, wenn es um drei ist oder so, die Post war noch nicht da, dann kommt die auch nicht mehr an dem Tag. Das kann man, bei uns ist das, kann man das ganz gut einschätzen. Okay, ich habe recht viel Holz. Ich nehme mal noch ein Holz mit. Ich will ja auch noch das Haus für den, für den ersten, anderen Bürger Akesias bauen. So, dass man schon mal ein bisschen handeln kann. Mal sehen, es ist bei uns auch Mittag da. Dann dauert das vielleicht noch ein bisschen. Aber es ist krass, ich habe die gestern weggeschickt, ne. Die Pakete sind jetzt schon da, also das ist schon... Ich hoffe nur, ne, dass sie wieder verschwinden. Was? Warte mal. Westpaket. Das warst du, oder? Hä? Wie Westpaket? Ein Fresspaket. Ja, das war ich. Es ist ja ein Fresspäckel, also es ist ein Fresspaket. Westpaket? Schwierig. Fresspaket? Gut. Oh ja, irgendein Stream Deck zu Hause. Ey, das ärgert mich so sehr, ne. Stream Deck, das wäre halt so geil gewesen. Zock, das tut mir so ultra leid. Das ärgert mich auch. Aber ich kann, da kann ich halt nichts machen, ne. Das ist halt... Das tut mir immer noch leid, weil das wäre halt echt... Das wäre so... Das wäre ultra krass, einfach. Ich hätte damit nur Scheiß bauen können, ne. Ja. Ja. Ist alles gut, du kannst reinkommen. Facecam ist aus. Na? Ich bin gerade... Ich bin gerade Holz holen. Warte, ich muss erstmal zurückfahren. Du hast viel Holz vor dir hinter. Ich bin jetzt verarscht. Wirklich jetzt. Ach Gott, ich will mal zurückfahren. Ich hab dann auch wieder mit. Ja. Ich hab... Ich hab... Dannis Bauwerk gesehen, ne. So ein Ansatz von der Burg schon mit Mauer... Mega geil. Mega cool gebaut. Wie Ani will ich auch mal gucken. Ja gut, hat er nichts und nichts gekostet, weil er gebraucht. Egal, das ist ein Stream Deck gewesen. Ist egal, ob du das jetzt neu gekauft hast oder nicht. Das ist halt mega. Ja. Okay. Nimm dir Sunny mit? Okay. So arschkalt draußen. Ich bin noch auf dem Boot. Weil es gerade dunkel wird. Ich sag's schon. Ich kann noch nicht beden gehen. Hä? Was hast du gesagt? Boote, boote, boote. Was labert ihr? Bis dann. Ich sag mal so. Ich war mir dieser Funktion des Paketversands nicht bewusst. Oh. Ich versichere Ihnen, dass das nie ankommen wird. Jata. Ja geil. Sophie. Ich mag es. Ich halte hier kurz an und locke mich kurz aus. Wartet.